Also, hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wir sind wieder dabei. Es geht weiter mit dem The Jackals Stronghold. Naja, es gab noch eine kurze Pause, es tut mir leid, aber ich habe gerade viel um die Ohren. Naja, aber wir seht euch noch weiter, also keine Angst. Es gibt neue Folgen für Videos schauen und der Rest hört meine Kommentare sowieso nicht. Jedenfalls, zur Erinnerung, vorher hatten wir da einen Traum, bzw. Alcantus hatte einen Traum, dass Ververenzis die Titanen befreien will, weil er hofft, unsterblich zu werden. Ja, und jetzt, wir wollen es natürlich nicht, weil die Titanen haben Menschen nicht so gern, vor allem Menschen, die sie daran hintern, wieder frei zu werden. Und deswegen wollen wir Osiris Stücke holen. Und Osiris hilft uns dann hoffentlich, Galvarensis aus Ägypten zu vertreiben. Jedenfalls, es ist auch viel geredet, es geht einfach mal los. The Jackals Stronghold Weisels, wir sind in der Kontinuie. Ja, mein Mann. Was ist unser Schuss? Das ist doch schon. Die Facetten zu weighs allemale. Irrisch. Lass uns jetzt schon mal los. Nein. Äincoln werden sie erst. Wom man nicht. Ja, sie sind da. Was ist das? Das ist der Grund. Das ist der Grund. Vielleicht, ich zwinge sie mir zu helfen, kommt, fragt er denn da aus. Oh, die Klappe! Weg mit euch! Das stellt auch nur Bogenschützen hin, ohne Schutz. Das ist ja verfällig. Bogenschützen stehen in der zweiten Reihe, Jungs. Mein Erfähler macht das sehr gut für mich, oder? Beziehungsweise für uns, dass wir vorwärts kommen und das wollen wir ja. Okay! Ah, dann hilft mir, das finde ich wunderbar, dass er das tut. Ach, los, 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 los! Ja, mach doch, ne? Wartet mal. So. So, ein paar Leute da. Wir können da nicht raus suchen, da gibt es sicherlich noch mehr. So ist es dir. Die uns helfen wollen. Die uns helfen wollen. Ah, seht ihr? Aber für den Tierar, es gibt U. Da gibt es noch ein paar Kollegen. Was los? Ja, wow! Da gibt es ja so richtig viel zu. Nice! Okay. Also Häuser müssen wir schon mal nicht mehr bauen. nur noch Geräte mitnehmen, genauso genau. Ja, ganz richtig! Tag! Das war ein wenig, aber mache해서 Sie. Du bist hier. Los, los, los. Behe. Los. Hehehehehehe. Jetzt hab ich so viele Bauarbeiter, die Nahrung sauen. Und was passiert? Oh Gott. Man kann sich wirklich auf niemanden verlassen, was. Krieg. Los, Gold brauchen wir. An die Arbeit. Hey Pharao. Kann uns sicher auch helfen, aber auch nicht. Ist ja nun richtig aus. Wir brauchen noch mehr. Was suchen jetzt da? Hey. Such die Insel ab. Wir sind ja auf dem Festland stehen. Also such das Festland ab. Vielleicht ist da irgendwo noch ein Gegner. Und noch ein Bauarbeiter. Das ist freiwillig mir versklang. Haha. Nein, wir sind noch nicht. Wir freuen sich. Bzw. wir wollen eigentlich nur das Osiris Stück. Dabei geht halt noch Kemsid drauf. Und das freut sich glaube ich. Jaja. Haben wir da noch ein paar Leute? Die Waffe gehen. Das ist ja auch ein Literatur. Das ist ja auch ein Literatur. Zock. Ich bin ja auch ein Literatur. Ja, ich bin ja auch ein Literatur. Ich bin ja auch ein Literatur. TAKE, also ein Literatur. Bambel ist es doch da. GoLt! Es geht wieder. Ich bin ja auch ein Literatur. Da hinten ist es wahrscheinlich nichts, oder? Oh, er lautet einfach viel Wasser! Cool. Könnt ihr auch auf die Insel? U-I-E-R Nein, kennt man nicht. Wieso, kennt er? Nein, auf den Sinn nicht. Ich sag' mir, könnt ihr nicht. Könnt ihr auf die Insel? Nein, kennt ihr auch nicht. Ich versuch's gar nicht erst. Also, ähm, Reiter, gucken wir da weiter. Dann haben wir dann ein paar Leute. Ho, 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 ho! Ine-Gerek Die Arbeit, die Arbeit Nein, das ist ja. Ja, nein. Ich bezahle euch nicht einfach für nichts, okay? Ja, macht jetzt was Brauchbares. Was haben wir schon? Haben wir einen Tempel? Haben wir noch keinen Tempel? Okay, Brauchma, eigentlich auch keinen Tempel. Aber ist auch egal, braucht man. Baut mal. Es schadet sicher nicht. Wo ist der... Trupp? Oh, ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Ihr, 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 Ihr... Taeyu Nahrung Ich finde viel Nahrung brauche. Okay, und du brauchst jetzt doch noch einen Jirej Ähm, Jirej hin oder her? Hol mal das da Ich benutze jetzt mal die Dingers, weil es sind ja keine mythischen Einheiten. Also darf ich es und wenn es schon da herum liegt, dann holen wir uns mal einen Portal. Was ist es eigentlich? Ich sollte es vielleicht lesen. Oh super. Jetzt hat er schon aufgewogen. Und das holt ich ja. Also gut, machen wir frei. Ui. Der ist sicherlich mühsam, wenn unsere Bauarbeiter da durchlaufen. Also hoffen wir. Weg mit dem. Ui, da gibt es ja überall Gold und so. Coole Sachen. Es sind reich. Hahaha. Wow. Gibt es noch nichts. Was soll das? So steht er einfach mal herum. Das ist nicht gut. Isis ist nicht erfreund. Wäre nicht erfreund. Wäre nicht erfreund. Ok, wisst ihr was ranken wir da eigentlich haben? Wenn wir mal das Gold holen wollen. Super. Super. Also in dem Fall raus ist doch noch ein Tempel. Ein Tempel. Da. Gereg. Super. Irrefer. Der räumt einfach schön ab. Da läuft ja wie geschmiert. Wunderbar, wir haben zwar kein Holz, aber who cares. Oh. Dort sind wir schon. Laune. Ang. Ah, ist ja nur Kemsit. Taeyu. Nicht dass er irgendwie gut wäre. Oder so. Oder stark. Oder klug. Oder sonst noch immer etwas. Brav was. Gereg. Du kommst jetzt mal zum Tempel. Das ist einfach der Grund, wieso du das Ding geholt hast. Super. Was machen wir noch? Die Erkundungstour zu Ende. Vielleicht gibt es da noch mehr Leute. Menschen. Krokodil. Wie habt ihr jetzt mal? Wo soll ich ja nicht meine Bauarbeit dran greifen? In which? Also du. Ähm. Brauchen wir nicht? Brauchen wir nicht? Brauchen wir alles nicht? Haben wir eins? Haben wir keins? Super. Ok. Wobei. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Aber ist ja auch egal. Ey cool. Was ist das eigentlich? Eine Mini-Insel-Smith-Stim-Mix. Dort liegt sicher irgendetwas wertvolles drauf. Na ja. Egal. Habt ihr was? Auf nächstes? Na ehrlich, das ist schon mal gut. Das Häuschen da ist sicher gut. Green. Ah, meine Truppen können Häuser umfernen. Das ist ja cool. Das ist ja ein Vorteil. Ab. Ab. Stadzentrum. Und einer von euch kann los dabei. Weil ihr sollst ja dort sein. These towers will help defend the harbor while you build a Navy. Ui. Ernsthaft. Da werde ich jetzt nicht drauf bekommen. Achso. Nady hin oder her. Druppen. Hier hin. Ich hoffe er kommt nicht von sonst irgendwo her. Her. Hin. Her. Her. Von irgendwo her. Äh. Hast du es? Ja oder nicht? Du hast es nicht. Bisschen zu langsam. Gott. Legs ab. Was haben wir das drin? The Tower of Festus. Äh. Unsere Türme sind besser geworden. Wir haben ja zum Glück zwei. Wir sind unter Umständen sogar noch brauchbar. Dann lohnt sich ja das Zeug. Oh ja stimmt. Abwanderung. Du hast ja auch kein Unzündling. Also. Trag's mal. Bring's mal rüber. Äh. Da wäre ein Tempel. Verdammt. Jetzt habe ich doch noch eins gebaut. Egal. Yeah. Neville Miss Unit Attack. Wartet mal. Aber das ist gerade richtig gelesen. Das sind Fehl. Ja super. Ich habe keine mythischen Einheiten. Idiot. Wir machen's brute force Jungs. Wir laufen einfach volle Buhle rein. Und dann ist fertig. In which. I can do the air. Oh ja. 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 Passt schon. Bist du langsam. Warte stimmt. Wir kennen ja Ansicht. Der Wörter kann ja. Egal. Egal. Könnte ja den Bau beschleunigen. Aber sicher ist ja schon fast fertig. Was schwimmt da drum herum? Was soll das? Sag mal was spinnst du? Hast du ein Problem? Ist das ein Problem? Blöde Schiff. Genau. Hau ab. Nein. Wir brauchen keine Hose. Und jetzt haben wir 103. Das ist völlig unsymmetrisch. Und werde ich jetzt einfach ein... Grig? Ja. Zum Glück stass los. Ja, ja. Oh. So. Wir sehen dann die Umrisse von dieser Insel. Böser Insel von Chem Seed. Und das ist... Piece of Ten God Osiris. Ich weiss nicht welcher Teil des Körpers. Rain. Bei uns haben? Danke. Das ist ja nett. Ja super. Ihr seid auch schon fast fertig. Danke. Ja cool. Das heisst wenn... Wenn Irrweiss ich Regen einschreute, dann kriege ich auch Regen. Irrweiss. Und zwar auch umgekehrt ist das so. Naja. Das sind neue Empf. Also kommt. Ich will Gold. Ich will viel Gold. Ich bin Goldsüchtig. Und Geldsüchtig auch gerade. Ressourcen. Hm. Das müssen wir einfach abbauen. Und wir schädigen somit der Umwelt. Das ist ja für Gold. Gut. Umwelt schädigen wir ja nicht wenn wir Gold abbauen. Ist ja nicht CO2. Wobei wenn wir CO2 abbauen wirken. Egal. Ah. Jetzt hat das einen dummen Ring. Komm weg. Ich habe auch Güter die mich unterstützen. Du Failure. Oh. Tragt er eigentlich irgendwas zurück? Oh. 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 Ok. Oh. 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 Ist auch sonst relativ easy Weil wir halt da eine grosse Wassermasse haben und er wahrscheinlich nicht rüberlaut Nein, ich will keinen Hut, immer noch nicht Aber das hast du wahrscheinlich immer noch nicht gemerkt von dem her Und gerade nehmen wir den Hafen Wobei, ist ja eigentlich nicht wichtig Egal, war mal Stern jetzt schon nicht So, irgend noch Häuschen bauen, ach egal Das kannst du auch noch bauen Und weil es ein cooles Gebäude ist Und weil wir es sicherlich brauchen können Ack, Ack EU Refer Das bringt eigentlich nichts, aber EU Refer Wau mal, also was zu tun, ha So, jetzt Wir wollen Oh, will ich den Sohn von Osiris oder will ich einen Meteoriten reden? Ack Oh je 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 Osiris, ja der ist ja sowieso gerade tot von dem her Andererseits sind wir ja eigentlich am ihn beleben Von dem her, wenn wir ihn anbeten, war es sicherlich sinnvoll Egal Egal Jetzt ist es tot Osiris ist auch tot, ja Was für ein Wortspiel Was für ein Wortspiel Na ja So, können wir gerade Nein Nicht Ok, wir brauchen Holz Ist gut, kann man nicht Wir brauchen Holz Wir brauchen jetzt gerade alles Aber das haben wir ja bald wieder Also das haben wir schnell wieder äh Ausgeholt Weee Wow Schon fast anderthalb tausend Euro Wir schaffen Wir arbeiten ja schnell, ha Das sind ja auch meine Bauarbeiter, oder? Die wissen, was der Chef will Wir brauchen ja, wir brauchen ja Schiffe Ehh cool, was ist das? Nexcom Productions Ja ja, machbar Na, wir brauchen vor allem das Der ganze Rest ist noch unwichtig Jep Holz Na, so ist kein Holz Upp, 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 upp Was gibt es sonst noch für, für Häuschen? Grink Na, ihr Vogel, wir können ja, wir brauchen ja Schiffe Ui 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 Jaa Pfff Ein Schiff ist fast da Ist gut Super Jetzt haben wir wieder zu wenig Holz Gut Vielleicht sollte ich doch noch ein paar Kiddies anholen Die da Holz erbauen So, ein Performer Ah, da haben wir ja viele Holz Ja, ok Achso, noch ein paar Bauarbeiter Bauarbeiter, ja Wiederholz machen nachher Ja, voll, 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 was ist das überhaupt? Ok, ahhh, ja ok, wir brauchen keine Fischerboote Ne, ist auch egal Also, wo ist der Bauarbeiter Also, wo ist der Bauarbeiter? Ah, Gott Fortify Town Center Es ist schon stark, stark genug Wie sah es eigentlich? Trotzdem sieht es aus Ja, super Aber Vielleicht könnte ich mal Vielleicht könnte ich mal so Wings basteln Ah, ja, wir sollen es anbauen Ok Mach du das Das, das hat Genau Da habe ich jetzt gerade Freude dran 106 Gold 106 Gold Pro Kamele Das ist so richtig effektiv Endlich mal Gut, auf kurzer Distanz Das ist natürlich auch effektiv Aber Irgendwie Es geht Zügiger Schneller Besser Oder Oder man hat zumindest das Gefühl Dass es besser geht So, super Wunderbar Du baust jetzt der Holz ab Deine Hauptaufgabe Du hast nichts besseres zu tun Also los Also Ich will Holz brauchen Weil wir ihn jetzt gerade mit Schiffen einfach überrennen Und wenn er nicht erwarten kommt, dann werden wir mit dem Trupp Du kannst schon mal Hrum Ja Ja Hrum Ist das ägyptisch oder Ist das einfach irgendein Hrum 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 Wahrscheinlich ist es auch hier mit etwas Was ich sagen Achso Achso Spass Damit es cool tönt Naja Ist ja unwichtig Hauptsache sie arbeiten und was Was sie reden Ist mir eigentlich egal Wie cool Ui Hat mir so voll bessert Hup Haben wir so viele In Tio Ne Haben wir es noch nicht Hrum 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 Arbeiten Arbeiten Hrum 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 Und frei Hrum Ich meine je schneller ihr mich los werdet desto freier seid ihr dann Hrum 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 Ich habe ein paar Verbesserungen an meinen Videos vorgenommen, deswegen gibt es jetzt eigentlich einen Schnitt und das nächste mal gibt es einfach wie ein wörtlich ein neuer Port und nicht einfach reingeschnitten in das Spiel geschehen, von dem her speichere ich es jetzt, das schnell, genau dort speichere ich es, wunderbar und in dem Fall sehen wir uns das nächste mal bzw. die nächste Folge kommt auch recht bald, in dem Fall, tschüss, ciao.